Der Sketchmaster, du bist ein Scheißhormer und der Sketch, man. Ihr seid scheiße. Ich hab die behindertste Challenge ever gemacht, ja. Wirklich richtig was für heißer, für die schlimmsten Untermenschen. Einfach nur, man. So, wie wär's denn, wenn jeder von uns jetzt nochmal so für 10 Sekunden oder so, was sich richtig mit dem N-Wort auslässt, um das zu feiern. Auf die Plätze, fertig. Ich hab nicht mal Bock, in die Luft zu springen, aber einfach keinen Bock mehr. Ey, Challenge ist aber nur scheiße gewesen, also wirklich. Die letzten, die waren einfach übertrieben und scheiß und keiner hat... Also, die Zuschauer haben es ja gesehen, die Höhe von diesem Turm ist einfach unmöglich zu machen, ey. Ich trage mich echt, wer das machen soll. Also, wer das macht, der soll mir bitte ein Video machen. Also, wir müssen... Ganz im Ernst, das macht keine Sau in der Mache. Das ist ja schon recht einfach, die Sprünge, aber wir müssten uns locker so vier Stunden oder sowas hinsetzen, damit wir das geschafft hätten. Guck mal hier, lass jetzt mal ein bisschen den Turm in einem schönen Lavaton erleuchten. Das mag er nämlich. Junge, da kriegst du richtig Krebs. Hast du das mal angeguckt hier? Oh, hab ich euch mal diesen Sand hier mit diesen Redstone-Torches angeguckt? Ja, Mann, das ist richtig geil. Jo, man, da kriegst du richtig Aids von, ey. Lol. Schneider Eingang. Von Redstone-Torches kriegt man Aids. Das haben die neuesten Studien auch benötigt. Also, ich hab noch nicht beendet, ne? Ne, warte mal, ich will das von dieser Redstone-Dings da ran machen. Das sah geil aus. Oder von der hier, die so halb kaputt ist. Den Lama-Strömen, sieht auch geil aus. Warte mal. Wie heißt, wenn ich denn hier mal so was hier hinbaue? Warte mal. So eine kleine Ebene. TNT-Blöcken? Ja, einfach so ein kleines Teil. Guck mal hier, wo wir uns so draufstellen. Was ist denn, wenn ich hier fünf drücke? So, alle nichts in die Hand nehmen? Gibt's schöner aus. So, mal gucken wir hin. Herr Liam. Na, warte, warte, ich will noch kurz meine Rüstung noch. Junge, wieso sehe ich mich denn selber nicht? Muss ich wieder in Game-World, in Game-World wechseln, warte. So. Willst du nicht in die Mitte? Ja, das ist zentriert. Mal, Liam, du hast noch einen Klotz in der Hand. Mach den mal weg. Ja, den mach ich auch weg, warte. Alexander, du hast nur eine Torch, ne? Jawolle. So, warte mal, ich stelle mich hier in die Mitte, auf dem mittleren Block. Allerf stellt genau alles andere so gut. Links, Wayne rechts. Ah, ich kotze Lava. Es ist nur die Frage, soll halt die Wand sozusagen mit den Redstone-Touches im Hintergrund sein? Ja, ne? Sieht geil aus. Dann müsst ihr euch einmal loben dringen. Sieht man uns doch gar nicht, oder? Also mich sieht man doch gar nicht, oder? Also ich muss, ich muss ein bisschen weiter rüber, Wayne. Durch die beiden Lava ströme so durch, oder? Ja, du musst jetzt, genau, du musst jetzt halt ein bisschen weiter genau zu mir, warte. Das sieht doch geil aus. So sieht es gut aus, warte, das sieht gut aus. Mach kurz ein Bild. Scheiße. Mach das Bild. Es sieht doch voll gut aus. So, jetzt habe ich es gemacht, warte mal. Ey, hör auf zu shiften. Ja, es ist, es ist, warte, warte mal, ich muss mal ganz kurz noch mal auf 1 drücken. Ja, das wäre nicht schlecht. So, so ist es, so, genau. Jetzt. So, jetzt kann ich auch gerne aus verschiedenen Perspektiven machen, weil es ist ja nur noch ein Screen-Shopter. Ist der Rudolf, oder? Ja, ja, das ist gut. Okay, fikt euch.